Der Osmanisch-Polnische Krieg 1672 zu 1676 war ein Krieg zwischen dem Osmanischen Reich im Bund mit dem Kanat der Krim und Doroschenko-Kosaken auf der einen Seite und der Republik Polen-Litauen im Bund mit der Walachei und den Kosaken der rechtzufrieden Ukraine auf der anderen. Der Krieg begann im Januar 1672 mit einer Kriegserklärung des türkischen Sultans und endete 1676 mit dem Vertrag von Uravno, in dem Polen gezwungen wurde, seine Souveränität über Podolien mit der Hauptstadt Kamjenich-Podolski an das Osmanische Reich abzutreten. Hintergrund Der Osmanisch-Polnische Krieg 1672 zu 1676 hatte seinen Ursprung im Jahr 1666 als Petro Doroschenko-Kosaken-Hedman in der rechtzufrieden Ukraine sich mit den Krim-Tataren gegen Polen verbündet hatte. Im Vertrag von Androsowo 1667 wurde der aus Teilen der polnischen Ukraine 1649 entstandene Staat der Saporodscher Kosaken, das Hetmanat, in eine polnisch dominierte Ukraine westlich des DNEPR und eine russisch dominierte Ukraine östlich des DNEPR geteilt. Die Ukraine versank daraufhin für Jahrzehnte im Chaos eines Bürgerkriegs verschiedener kosakischer Parteiungen, die entweder pro-polnisch, pro-russisch oder pro-krim-tatarisch-osmanisch waren. Es war eine Zeit, die in der ukrainischen Historiografie als die Zeit des Ruins bekannt ist. Im Kampf gegen Polen versuchte Petro Doroschenko die Kontrolle über die gesamte rechtszufriede Ukraine zu erlangen. Er scheiterte bei dem Versuch und sah sich im Angesicht der militärisch-politischen Niederlagen gezwungen, mit dem osmanischen Sultan ab 1667 in Verhandlungen zu treten. Er schloss mit ihm einen Vertrag, der das rechtszufriede kosakisch-ukrainische Hetmanat mit der Hauptstadt Tschöhören formell zu einem Vasallenstaat des Osmanischen Reiches machte. Die polnisch-litauische Republik war durch den Schmelniski-Aufstand 1648 zu 1654, den russisch-polnischen Krieg 1654 zu 1667, den schwedisch-polnischen Krieg 1655 zu 1660 und eine gegen den polnischen König gerichtete interne Rebellion des Fürsten Lubomirschi 1665 zu 1666 zu. Geschwächt, um etwaige Kosakenaufstände zu bekämpfen oder nur die volle Kontrolle über das ukrainische Gebiet zurückzugewinnen, das ab 1648 ein ständiger Unruheherd blieb, um aus der Schwäche Polens Kapital zu schlagen. Wechselte 1666 die Kasekunden ab 1654 mit Polen gegen das Zarentum Russland und Ataman-Bodenschmelniski, je zuvor verbündete Kanada Krim unter der Führung des neuen Kalns. Adil Giray erneut die Seiten und ging mit Hetman-Doroschenko eine gegen Polen gerichtete Allianz ein. Beide Bündnispartner waren zunächst erfolgreich und schlugen durch einen Überraschungsangriff ein 6000 Mann starkes polnisches Heer unter Sebastian Machowski in der Schlacht bei Zyana bzw. Breilo in Podulen am 19. Dezember 1666 die kosakisch-krim-tatarische Offensive wurden jedoch im folgenden Jahr durch die Streitkräfte des Feldherdmens der polnischen Krone, Jan Sobiski, gestoppt und die Doroschenko-Kosaken im Bund mit den Krim-Tataren selbst mehrmals in die Flucht geschlagen. Nach der für die Polen siegreichen Schlacht bei Putajice 1667 schloss Polen mit dem Kanat der Krim am 16. Oktober 1667 und mit Doroschenko am 19. Oktober desselben Jahres Waffenstillstandsverträge. Als 1669 Doroschenko für die Ukraine weitgehende Autonomie verlangte, wurde er auf Befehl des polnischen Königs seines Amtes enthoben und durch Heermann Michael Uschanenko ersetzt. Als der seit 1667 den Polen freundlich gesinnte Kahn der Krim Adil-Girai ein Bündnis mit den neuen Heermann der rechtzufrieden Ukraine schloss, ohne vorher dafür bei seinem Sousaen um die Erlaubnis nachzufragen, wurde dieser im Mai 1671 durch den osmanischen Sultan gestürzt und durch einen loyaleren Vasallen Selemy-Girai ersetzt. Doroschenko erneuerte daraufhin mit dem neuen Krimkahn die Allianz von 1666 zu 67. Im August 1671 brach der Krieg erneut aus. Doch auch diesmal wurden die ungleichen Allianzpartner durch die Truppen von Jan Sobiski militärisch bezwungen. Daraufhin bat Selim seinen Sousaen, den türkischen Sultan, um militärischen Beistand, der die Bitte seines Vasalls als Vorwand nutzte, Polen-Litauen den Krieg zu erklären, um die zwischen Polen, Russland und dem Krimkanat strittige Ukraine für das Osmanische Reich zu erobern. Die Kampagne von 1672, die Osmanische Streitmacht unter der Führung von Großwesir Köprülü Fasil Ahmed unter Sultan Mehmed IV., betrat das Gebiet der polnischen Ukraine im August 1672, nahm die Festung Kamienich-Podolski am 26. August desselben Jahres ein, dem schließlich am 20. September die Belagerung von Lemberg folgte. Die Krim-Tataren, die zuvor an der Belagerung nicht teilgenommen hatten, begannen mit ihren Razzien zwischen den Flüssen Wiebsch, Sandburg und Wisslok, in einem Gebiet, das die Städte Zermusk, Lemberg-Bitsch und Drohobitsch umschloss. Sobiski stellte ihnen mit einer bis zu 4000 Mann starken Privatkavallerie vom 5. Oktober bis zum 14. Oktober nach. Auf das Endergebnis der 1672er Kampagne hatte Sobiski's Kriegszug jedoch kaum Einfluss. Es konnten allerdings bis zu 44.000 Menschen aus der Gefangenschaft der Krim-Tataren befreit werden, die man in die Sklaverei auf die Halbinsel Krim getrieben hatte. Die polnischen Truppen waren zu schwach und im Jahr 1672 dem osmanischen Herr im Freinfeld nicht gewachsen. Aufgrund innerer Zerwürfnisse zwischen dem König Michael Wisniewicki, der 1669 durch die Masse des Kleinnadels an die Macht gekommen war und den Magnaten, die den untätigen König zur Abdankung zwingen wollten, war das geschwächte Polen für einen erneuten Krieg völlig unvorbereitet. Außerdem konnte der durch das Liberum-Veto in der ersten Hälfte des Jahres 1672 zweimal blockierte polnische Reichstag keine höheren Steuern anordnen, um das Truppenkontingent im Angesicht der osmanischen Kriegserklärung zu erhöhen. Die Vertreter des Königs waren nach mehreren militärischen Niederlagen gezwungen mit dem Vertreter des osmanischen Reiches Kaplan, Pasa, Vesir und Beilabey des Ayelet Aleppo den Vorfriedensvertrag von Batschatsch am 18. Oktober 1672 zu unterzeichnen, der dem osmanischen Reich Podolien mit der Festung Kamienich-Podolski und fast die gesamte rechtzufriede Ukraine den Doroschenko-Kosaken als Vasallen der Hohen Pforte zusprach. Zudem verpflichtete sich die polnische Krone dem türkischen Sultan einen jährlichen Tribut von 22.000 Czerwoni-Selotti zu leisten. Ein Bericht über diesen Feldzug ist in der Chronik von Haji Ali festgehalten. Die Kampagne von 1673, da der Vertrag von Batschatsch aufgrund seines schändlichen Charakters durch den polnischen Reichstag nicht ratifiziert wurde, setzte sich der Krieg im nächsten Jahr fort. Das polnische Parlament ordnete die Erhöhung von Steuern an, um eine Streitmacht von 43.000 Mann auszuheben. Großherdman Sobiski übernahm die Führung der neuen Armee, der es gelang, die Osmanen im Felde mehrmals zu schlagen. Große Teile Mordawiens und der strittigen ukrainischen Gebiete konnten von osmanischen Truppen geräumt werden. In der Schlacht bei Schokim am 11. November 1673 nahm Sobiski das osmanische Kriegslager und die Festung Schokim ein, während die dort stationierte bis zu 35.000 Mann starke Garnison unter der Führung von Hüseyin Pasa von Silistrien im Sturmangriffe der Husaren fast völlig aufgerieben wurde. Nach der Einnahme von Schokim verlagerte der polnische König das Kriegsgeschehen auf das Gebiet Moldawiens und nahm sogar dessen Hauptstadt Jassi kurzfristig ein. Jedoch musste er sich wegen Fahnenflucht und eigenmächtigen Rückzugs von Großhetmen Michael Kasimir Percé, der den litauischen Truppenteil kommandierte und ihn zurück nach Litauen nahm, von dort rasch zurückziehen. Als König Michael Koribat Wisniewicki am 10. November 1674 verstarb, wurde Großhetmens Obiski für seine militärischen Erfolge und Verdienste für das Vaterland zum König von Polen Litauen gewählt. Der Sieg bei Schokim änderte weder etwas am weiteren Kriegsverlauf noch konnte er politisch gegenüber der Hohen Pforte ausgeschlachtet werden. Der Krieg setzte sich auch in den nächsten Jahren mit unverminderter Härte fort. Die Kampagnen von 1674 bis 1675 In den Jahren nach 1674 weigerte sich der von den Magnaten beherrschte polnische Reichstag im Angesicht osmanischer Niederlagen, erneut Steuern zur Bezahlung der Armee zu erheben, was zu hoher Dersession innerhalb der unbesoldeten polnisch-litauischen Armee führte. Zusätzlich setzte der Großhetman Litauen Michael Kasimir PRC seinem Intimfeind Sobiski zu, was Intrigen innerhalb des polnisch-litauischen Heeres begünstigte, während die Osmanen ihre Streitkräfte reorganisierten und verstärkten. Die Polen gewannen die gesamte rechtszufriege Ukraine zurück und beherrschten sie vom Herbst 1674 bis zum Frühling 1675. Jedoch stellten die Osmanen erneut ein Heer gegen Polen in Marsch und antworteten im Juni 1675 mit einer Gegenoffensive. Die bis zu 30.000 Mann starke osmanische Armee unter der Führung des Serdar-Sismen Ibrahim Pasa von Buda und ein Schwiegersohn des Sultans, setzte über den Dienister bei Tigina über, wobei Manatschen eine krim-tatarische Streitmacht in fast gleicher Mannstärke zu ihr stieß. Sismen nahm bar ein, dem am 27. Juni Zedbarats und am 11. September Potaits erfolgten und begann am 20. September mit der Belagerung von Trembole. Nach der für die Polen siegreichen Schlacht bei Lesien-Eis vom 24. August in der Nähe von Lemberg gegen die Krim-Tataren des Noradin-Safar-Girai organisierte Sobiski ein Entsatzherr für die belagerte Stadt. Berichte über das kommende Entsatzherr hörend unterbrach Sismen die Belagerung der Stadt am 11. Oktober und zog sich hinter den Dienister zurück. Die Kampagne von 1676 Im August 1676 begannen die Osmanen erneut im Bunde mit den Krim-Tataren mit einer neuen Offensive gegen Polen. Sie betraten das Gebiet Polens über Pokozin und marschierten in Richtung des heutigen Ivano-Frankiusk. Nach der Schlacht bei Wujenelo vom 24. September zog sich Sobiski etwas ins Landesinnere zurück, wo er mit ca. 20.000 Mann im Kriegslager von Urafno südlich von Lemberg bei Halic einer osmanisch-tatarischen Belagerung drei Wochen lang Stand hielt, bis beide Parteien schließlich entkräftet in einen Waffenstillstand einwilligten. Abschluss Nach der Schlacht bei Urafno schlossen beide Kriegsparteien am 17. Oktober 1676 den Vertrag von Urafno. In ihm behielt das Osmanische Reich die direkte Kontrolle über Podolien mit Kamienich-Podolski. Polen erhielt einen Teil der verlorenen Gebiete in der rechtzufrieden Ukraine zurück. Der Rest ging an Hedman-Doroschenko als Vassal der Hohenpforte als Hedman 1677 zu 81. Außerdem wurden Kriegsgefangene ausgetauscht. Der Inhalt des Vertrages von Urafno fand seine völkerrechtliche Anerkennung im Vertrag von Konstantinopel 1678, in dem der türkische Sultan auf Bitten des Krimkans zusätzlich auf den von den Polen zu entrichtenden jedoch nie gezahlten Tribut verzichtete. Siehe auch, Türkenkriege, Geschichte Polens, Osmanisch-Polnischer Krieg 1620 zu 1621, Osmanisch-Polnischer Krieg 1633 zu 1634.